Hi, vorgestern habe ich euch ja all meine Fixed Messer gezeigt, die Videoantwort für Tobi the Pobi und ich habe mir gedacht, ich mache einfach direkt mal weiter mit allen Foldermessern. Ich weiß nicht, ob aktuell diese, ich nenne es jetzt mal Videoreihe, schon im Umlauf ist. Falls dem so ist, klinge ich mich da jetzt einfach mal ein. Falls nicht, starte ich das Ganze hier mit. Mitmachen kann jeder, ist kinderleicht. Ihr zeigt einfach all eure Folder oder auch Fixed Messer. Und in eurem Titel markiert ihr einfach denjenigen, bei dem ihr das Video gesehen habt. Also quasi, wie der Name schon sagt, eine Videoantwort auf dieses Video, was ihr da gesehen habt. Ihr braucht keine weiteren Leute nominieren oder so. Jeder kann da mitmachen. Wer möchte, ist in diesem Sinne auch keine Challenge oder so. Aber ich finde es eine coole Sache, um andere Kanäle mal ein bisschen zu supporten und auf andere Kanäle auch mal ein bisschen aufmerksam zu machen, die man irgendwie noch nicht so auf dem Schirm hat. Also gegenseitig sich so ein bisschen zu unterstützen. Ich meine, wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben dasselbe Hobby. Und da kann man sich doch auch mal so ein bisschen unterstützen. Also in diesem Video zeige ich euch jetzt all meine Foldermesser. Und nach dem Intro geht es direkt los. Hier ist die Kiste mit all meinen Foldermessern drin. Nicht so viele, wie ihr vermutlich denkt. Ich falte ihn wie immer einfach oben an und arbeite mich nach unten vor. Da hätten wir ganz oben ein Messer, was ich jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, zum Geburtstag von Jasmin geschenkt bekommen habe. Oder war es Weihnachten? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ein super schönes Messer. Hier mit den Bergen und dem Kompass drauf und so. Aber leider auch höchst illegal, denn es hat genau drei Sachen, die es illegal machen. Eine habt ihr gerade schon gesehen, die Flipper-Funktion. Die zweite ist dann hier, ja, Daumen. Und das dritte ist, das Ganze ist sogar noch federunterstützt. Deswegen, wenn, dann werde ich das im Höchstfall mal mit im Wald nehmen. Als Backup-Messer oder so. Aber hier so in der Stadt, direkt an der Grenze rumzulaufen, weiß ich nicht, ob das so schlau wäre. Ich meine, ich weiß, ich sage normalerweise, mein Video ist immer Paragraf 42a, interessiert mich nicht. Aber wenn es Messer sind, die für mich einen hohen, ich sage mal, Wert haben, also ihr wisst, was ich meine, wie heißt das? Emotionalen Wert haben. Da bin ich da schon vorsichtiger. Es ist dasselbe Spiel wie mit dem Messer hier. Das ist nämlich auch das nächste. Das Böker Plus Kaizen in Mikata Green. Das ist auch ein Flipper. Ein richtig geiles Messer. Ist auch mein absolutes Lieblingsmesser von allen, die ich habe. Wenn man es jetzt mal optisch betrachtet und auch allgemein. Ich finde es einfach geil, es ist schmal, es ist schlank, aber es ist sauscharf und es sieht verdammt gut aus. Aber selbst das nehme ich kaum mit raus. Weil es mir einfach zu schade wäre, wenn ich mal in eine Kontrolle kommen würde. Und die würden mir das dann abnehmen. Weil das war auch ein Geburtstagsgeschenk von Jasmin. Und deswegen an sich wäre es mir egal. Aber dadurch, dass es ein Geschenk war und so, will ich es dann nicht so riskieren. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. So, als nächstes hätten wir dann hier das Jungle Monkey Special Ops. Auch ein richtig cooles Messer. Habe ich auch schon ein bisschen länger jetzt. Habe ich auch hin und wieder dabei. Ich habe eigentlich alle meine Messer hin und wieder mal als EDC Messer dabei. Außer drei, vier Stück. Aber warum das so ist, werdet ihr nachher noch sehen. Aber die rotieren halt bei mir, wie die meisten von euch. Wahrscheinlich wird das genauso sein bei EDC Messern und so. So, mein aktuelles Messer, EDC Messer, Hauptmesser, was ich schon wieder seit drei Wochen am Mann habe, ist das Spyderco Bird Tern. Von den einen gemocht, von den anderen gehasst. Da es ja billiger China-Scheiß ist. Eigentlich ist das Bird der günstige Ableger von Spyderco. Wusste ich anfangs auch nicht. Im Nachhinein ist man dann ein bisschen schlauer. Aber ich muss sagen, ich mag das Messer total. Es ist günstig, es ist scharf, es hat eine super Qualität. Es ist ein legales Einhandmesser, weil es halt Slip Joint ist. Keine Ahnung, was da alle haben. Vielleicht zu verwöhnt oder so, ich weiß es nicht. Aber ich finde das Messer klasse. Wie gesagt, aktuell wieder mein Haupt-EDC Messer. So, als nächstes hätten wir dann hier mein Victorinox Heiker Rutt. Heute habe ich es mit dem Namen irgendwie. Zwölf Funktionen, das Wichtigste dabei. Das Einzige, was mir hier noch so ein bisschen fehlt, ist eine Schere. Aber da gibt es ja das... Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das ist genau 1 zu 1 identisch wie das hier. Nur, dass es plus noch eine Schere hat. Und ich glaube hier hinten noch den Gorkenzieher dran. Statt den Schraubenzieher. Aber sonst eigentlich genau dasselbe. Ich bin schon überlegen, mir das auch noch zu holen. Weil eine Schere ist gar nicht so verkehrt. Als nächstes hätten wir dann hier direkt noch ein Victorinox. Ich setze es mal in Anführungsstriche. Denn ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das ein Original ist oder ein Clone. Weil wenn ich die beiden direkt mal vergleiche, eins zu eins dieselbe Qualität. Aber halt hier fehlt das Logo. Und ich habe mal gelesen im Internet, dass es wohl auch, ich nenne es mal Clean-Version geben soll. Also Scales ohne das Logo drauf. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Und selbst wenn es ein Klon oder ein Fake sein sollte, ist es ein super Messer. Ich mag es auf jeden Fall. Das alles drin, dran, was man so brauchen könnte im Alltag. Und sogar noch ein bisschen mehr. Also ein super Messer. Als nächstes haben wir dann hier einen Klassiker. Ja, Opinel. Das Nummer 8. Benutze ich hauptsächlich für Essen zu schneiden, Essen zuzubereiten. Also zum Essen oder Essen zubereiten, wenn ich im Wald bin. So quasi mein Kochmesser. Das spanische Pendant zeige ich euch auch direkt mal. Das liegt auch direkt hier. Das ist das Joker Nummer 23. Ich muss aber ehrlich sagen, das Einzige, was die beiden Messer gemeinsam haben, ist hier der Drehverschluss. Sonst finde ich, sind das grundverschiedene Messer. Wenn man so mal bei dir zum Direktvergleich sieht. Bei dem Messer gefällt mir besser die Schärfe. Also nicht, dass das stumpf wäre. Das ist auch ziemlich scharf. Und bei dem Messer gefällt mir die allgemeine Optik besser. Und auch ein bisschen das Handling. Das ist halt was dicker. Das ist ein bisschen schmaler. Genau dasselbe hier auch zum Kochen im Wald. Und zum Essen im Wald. Ich hatte es auch mal eine Zeit lang als EDC-Messer so dabei. Aber das ist eher was für den Wald. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Optik. Holz und so. Aber auch gutes Messer. Joker Nummer 23. Dann haben wir hier als nächstes das Kurshow, ich vergesse immer wie es heißt, Altitude glaube ich. Zurzeit nur auf dem amerikanischen Markt erhältlich. In Deutschland kriegt man das nicht. Da wollte ich auch mal ein Video zumachen. Aber die ganzen Daten in Amerika, die haben ja andere Maßeinheiten und so. Ich glaube ich müsste mir dann mal die Arbeit machen und das von Internet umrechnen lassen. Dann könnte ich euch das auch mal vorstellen. Das ist eigentlich ein richtig richtig cooles Messer. Der Stefan hat das mal vorgestellt. Ich glaube in der ersten Folge Gear Talk war das. Oder war das in der zweiten? Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt ja beide einfach mal gucken. Wir sind beide ganz cool. Und falls ihr Gear Talk noch nicht kennt, unser Format. Schaut einfach mal rein. Dann findet ihr auch in der Playlist. So jetzt habe ich es. In der Playlist Gear und EDC müsste das mit drin sein. Da hat er das ein bisschen genauer vorgestellt. Ich wollte es aber auch noch mal separat in dem Video vorstellen. Wäre ich wahrscheinlich auch noch machen. Cooles Messer auf jeden Fall. Dann hätten wir als nächstes das Böker Plus Petit in der Flipper Version. Gibt es auch als 42a Version. Ich habe mir die Flipper Version geholt. Weil ich mag Flipper einfach total. Super schönes, schickes Messer. Designed wurde das Ganze von einem französischen Custom Messer Macher namens Philippe. Joget. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Mir gefällt diese Klingform und so. Richtig schön dieses Reverse Tanto ist das glaube ich. Hier habe ich mir noch so ein kleines Beat dran gemacht. Ein Tonkopf mit ein bisschen Laniard. Super schick, super cool. Klasse Messer. Als nächstes hätten wir dann hier ein Herbertz, keine Ahnung was, hat keinen Namen. Ich wollte es aber einfach haben, weil es günstig war, cool aussah, weil ich war zu dem Zeitpunkt dran, mir so ein kleines Mini-EC zusammenzustellen, was farblich auch ein bisschen abgestimmt ist. Und da hat das super reingepasst. Und ich muss sagen, Herbertz ist eigentlich auch nicht so verkehrt, je nachdem. Je nachdem, was man damit vorhat mit dem Messer. Ich sage mal, für damit ein bisschen Folie, Papier und Pappe zu schneiden. Reicht das? Fuss doch. Ich finde es cool. Mir gefällt es. Design ist natürlich wie alles im Leben Geschmackssache. Aber es ist schön schlicht und schön flach gehalten. Kann man super schön überall verschwinden lassen. So. Als nächstes Wolfgangs Undik. Zur Rated Klinge. Ist nicht jedermann Sache. Ich habe es gesehen. Ich fand es cool, weil ich wollte einfach auch mal ein Messer meiner Sammlung haben mit einer Rated Klinge. Habe ich bis dato noch keins gehabt. Ist auch mein erstes und einziges Gewissen mit zur Rated Klinge. Hat einen aggressiveren Stil. Sieht mehr so nach taktischem Kampfmesser aus, kann man schon fast sagen. Aber ich wollte auch ein Messer haben, das so ein bisschen brachialer ist, um es mal so auszudrücken. Weil die Größe, es ist ein bisschen größer, es ist ein bisschen schwerer. Es wirkt ein bisschen robuster allgemein. Und ich bin mit dem Messer zufrieden. Ich habe es eine ganze Zeit lang als EDC-Messer genutzt. Okay, was heißt eine ganze Zeit lang? Ich glaube knapp einen Monat oder so. Weil ich habe meine Messer ja immer mit dem Clip in der Hosentasche. Und dafür ist es ein bisschen zu voluminös. Also jedes Mal, wenn man dann in die Hosentasche greift, greift man immer erst mal voll ins Messer. Und das fand ich unangenehm. Aber für einen Rucksack oder so, super Messer. Kann man echt nichts sagen. Wolfgangs Undik. Ja, wo wir gerade beim Thema Wolfgangs sind. Aktuell habe ich auch ein Giveaway laufen. Falls ihr das noch nicht auf dem Schirm haben solltet, schaut unbedingt mal rein. Ich werde euch das Video in die Videobeschreibung packen. Also den Videolink zum Video in die Videobeschreibung packen. Ja, heute habe ich es aber irgendwie. Falls ihr da noch nicht mitgemacht habt, könnt ihr gerne mitmachen. Gewinnen könnt ihr ein neues Modell vom Wolfgangs W. Mit Fletchliff. Ja, in olivgrün Stonewash-Klinge. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Da erfahrt ihr dann alles Weitere. So, als nächstes machen wir dann weiter mit dem District North PK100. Ja, auch ein größeres Messer. Wirkt auch ein bisschen solider. Anfangs habe ich mir gedacht, ja, sieht gut aus an sich. So, dann habe ich es aber echt meine Zeit lang wirklich aktiv als Indicier-Messer auch genutzt. Und jeden Tag dabei gehabt. Und ich muss sagen, es ist echt ein klasse Messer. Ja, also ich kann da echt nichts Negatives drüber aussetzen. Ist eigentlich ein Zweihand-Messer. Aber wer Messer sammelt und sich für Messer interessiert und viele Messer hat und auch schon länger so dabei ist, der kriegt praktisch, wenn man will, ich sage mal, fast jedes Messer mit einer Hand auf. Das ist alles Übungssache und irgendwann hat man auch ein Gefühl dafür. So, jetzt klappt es nicht vor für Effekt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Deswegen kann man sich da sowieso drüber streiten mit dem 42A und Zweihand, Einhand und anderes Thema. Weiter geht's. So, jetzt kommen die Messer, wo ich ganz am Anfang des Videos ja gesagt habe, die ich gar nicht mehr mithabe. Weil das sind Messer, das waren mal Geschenke. Genauer gesagt, Werbegeschenke. Ich habe mal in einer Supermarktkette gearbeitet. Und da kommen ja manchmal die Vertreter und drücken mir dann so Sachen in die Hand. Und bei zwei Messern ist das der Fall. Bei dem anderen Messer, das habe ich irgendwann mal in der Angelkiste von meinem Vater gefunden, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre oder irgendeine Schublade lag es mal rum. Und das letzte Messer habe ich mal bei einer Benefizveranstaltung gekauft, an so einem Stand. Fange ich jetzt mal erst mit diesen Werbegeschenken an. Da hätten wir einmal dieses Jeva-Messer. Eins vorne weg. Für Werbegeschenke haben die Messer echt eine gute Qualität. Muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht. Auch hier Slipjoint, Einhand, Zweihand, Entschuldigung. Hier hat man dann noch so eine kleine Taschenlampe dran, die auch mal hell war, wo die Batterie noch voll war. Mittlerweile ist die ewig lange leer. Ich habe das Messer schon so an die zehn Jahre. Flaschenöffner wird auch oft benutzt und Farbe auch schick, auch mal was anderes. Und dasselbe dann halt noch mal als Holzversion ohne Taschenlampe, auch mit Flaschenöffner, auch Slipjoint, auch Zweihand. Nichts Besonderes, aber hat man. Dann kommen wir jetzt zu dem Messer, was ich irgendwann mal in irgendeiner Schublade oder in einer Angekiste gefunden habe. Guck mal, selbst das. Hier sind die Pins hier ab. Es hat kein Ding. Man kriegt es auf, wenn man will. Ist jetzt Vorführeffekt, aber ich habe es auch schon oft mit einer Hand aufbekommen. So. Ich nenne das liebevoll Moskito, weil es mich an ein Moskito erinnert. Irgendwie, wenn man sich jetzt hier noch Flügel denkt mit ein bisschen Fantasie. Ja. Hat man. Habe ich auch eine Zeit lang mit mir rumgeschleppt. Und zu guter Letzt das Messer dieser Benefizveranstaltung. Auch so mit so einer schmalen, langen Klinge. Auch so eine Art Moskito, Hai, was auch immer. Mit dem hinten hier, mit dem Klipper dran. Absolut nichts Besonderes. Aber ich wollte halt irgendwas kaufen, um da diese Leukämie kranken Kinder auch ein bisschen zu unterstützen. So. Muss reichen. So. Alles klar. Das waren all meine Foulermesser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schaut mal beim Gewinnspiel rein. Und wer jetzt hier neu dazu gestoßen ist, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Wenn euch meine Videos gefallen sollten, würde ich mich super über ein Abo freuen. Ja. Klickt euch einfach mal durch. Schaut euch auch mal die verschiedenen Playlists an. So, das war's dann. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Das war's. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.